Herzlich Willkommen Leute, Rune mit Fortnite Battle Royale mit Dardosh, Aka, Early Boy und Kapuzenburg. Hehehe, das hab ich verstanden. Feuerling! Es gibt glaube ich keinen besseren Modus diesen Skin zu demonstrieren als im puren Gold. Wow, schnöseldösel. Ich möchte den Samsung Tab 9 haben, bitte. Kannst du mir geben? Kann uns den Skin behalten. Mag das Tab 9. Okay, für denselben Preis. Oh, das ist aber ein guter Deal. Ich glaub den geh ich ein. Hehehe. So, ich bin... Ja, ich bin drin. Ich hab ne Gold ist geil, Läuferie hat er mir. Geil. What? Ehrlich jetzt? Achso, ja gut, okay. Hahaha. Sag Bescheid, wenn du ne Blaue findest. Wie selten. Wer kassiert schon wieder? Ich. Ja, ich schieß den. Wohin? Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Das war Dardosh auf den aufgeschrieben. Ähm, ich glaube man stirbt direkt in dem Modus. Nee, ist er nicht. Nee, ist er nicht. Nee, okay, okay, das ist gut. Nee, das war Sniper damals, ne? Wo du trotzdem nicht down gegangen bist. Ja, 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 ja. Ja, das war's ne Handwerker. Aber nur ne Pistol. Aber viel Moni. Achso, da warst du schon. Ich hab echt nur ne Pistole. Also wenn... Ich hab grad ne Handwerfer, ne Pistole und ne Farmers. Ah, okay. Schneesel. Ich freu mich schon auf den Grapple. Grapple? Ja. Wo ist das? Äh, kaputt, ich kann dir nur Farmers geben. Wer hat C4 geworfen von euch? Ich nicht. Ich ehrlich nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Okay. Nee, das wär bei mir. Farmers hab ich mal gedroppt. Ja, bei mir. Ja. Hab ihn. Das war dein Mate wahrscheinlich, Mann. Kann gut sein, ne? Also Medi-Pack, wenn wir mitnehmen können. Pass auf, das ist C4. Wenn wir drauf schließen, geht's auch gut. Hast du die Farmers mitgenommen? Äh, ich hab ne Ska. Also du hast was. Okay, alles klar. Du auch dadurch, ne? Ja, ja. Ich bin Gucci. Ah, ja. Gucci Gang. Alles Gucci. So. Okay. Ähm. Ey, ich liebe die Ska, ist der Ur-Shit. Dabusch, du hast auch was. Dir geht's gut. Du bist stabil dabei. Ich bin stabil. Richtig krasser Boy. Deswegen mach ich den Dabusch. Weil da weiß man, jetzt wird's wirklich krass. Weil da weiß man. Jetzt wird's wirklich krass. Na, Quatsch. Was wird's da? Ich find's richtig krass. Es leben noch 39 Leute. Ob wir fangen? Ja, wenn am Anfang alle tiltet gehen. Richtig, ja. Wenn sie das wissen wollen, bei dem Modus auch noch, ja. Dabusch, erzähl uns mal ne Geschichte. Nee. Kapuza hat heute schon eine gute erzählt in einem anderen Projekt. Wir haben ne gute Geschichte erzählt. Ja, wollen wir... Dabusch. Als Kenneth King, ja. Ja. Drei... Also, ich war 13, 14 Jahre. 18. Okay, 18. Nee, ich war 13, 14 Jahre. Und das Ding ist, da... Ich war ein großer Narodofan, ja. Ein großer Narodofan. Und da hab ich mir extra damals ein Stirnband gekauft. Und damit rumgelaufen, ja. Da in Wien, ja. Damals. Was? Auch mit Armen nach hinten? Nee, das nicht. Das wusste ich... Das witzige ist, das wusste ich damals gar nicht, dass die so laufen. Wahrscheinlich hätte ich sogar nachgemacht. Aber das wusste ich damals nicht. Das... Das ist mir später aufgefallen. Die laufen ja voll blöd. Aber... Du bist schneller. Stimmt. Es gibt sogar... Was war das? Was war ich? Nein. Es gibt sogar ein Video auf YouTube, wo sie auf so einer Convention... Hey, probier mal mit Armen zurückzulaufen. Und... Die Mädels sind wirklich schneller gelaufen. Also... Das ist... Ich dachte, es gab ein Video, wo du durch die Stadt gelaufen bist. Das... Nee, aber es gibt ein Foto... Wie ich... Damals war ich auf so einer... So einer Convention auch. So einer Anime Convention. Und... Ähm... Da gibt's ein Foto... Wo ich... Der eine, was hat so... Also... Gekosplayed... Der hat so ein Rohr. Ich war... Ich glaub... Wie viel Faskel ist das so. Und da hat mich so ein Dude... Also so ein Freund von mir... Ähm... Hat mich... Weil wir irgendwie... Weih ich so... Ich glaub wir immer zum Streiten begonnen irgendwie... Und... Ich hatte so ein weißes Hemd an. Und der hat mich gestritten und ich bin in so einen Busch geflogen. Also der ist so geschubst und ich bin in so einen Busch geflogen. Und... Auf einmal... Ähm... Ähm... Hab ich so Grasflecken dann umgekommen. Ich war so sauer. Und nehm von der einen Cosplayerin das Rohr. Und pfeffer so auf ihn. Und er war... Schau mal in einer Menschenmenge. Und ich hab halt nicht... Aber... Da gibt's ein Foto davon wie ich so urböse schau und das Rohr in der Hand hab. Und das grad auf ihn werfen will. Und man sieht ihn so wie er so die Hände weg von sich streckt. Das Foto hab ich leider nicht mehr. Vielleicht geht's auch irgendwo im Internet. Aber... Was war das? War das Metallrohr? Ja, das war Metallrohr! Boah, Junge was stimmt nicht mit dir! Ja, richtig mad war ich. Grasflecken. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Nur damit ihr's wisst. Ja, Gegner 165. Äh, sind außerhalb des Carters. Ja. Soll ich Slurp trinken? Ich hab'n Slurp. Scope da her? Ja, ja. Dadurch. Gib ihm doch mal. Der guckt nicht mal in deine Richtung. Er ignoriert dich halt. Ich hab'n auch getroffen. Ich hab'n noch mal 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 getroffen. Wir sind von uns drei Leute. 2,40 beim Würfel. Also.. Ja, aber der eine ist erst ready hier. Der ist close, ja. Der eine hat kein... Los! Der eine hier ist down. Der slow down. Zwei down. wie weit weg 345 aber ich glaube es ist noch weit ich komme sofort zu euch drunter gehüpft er ist bei euch drin hast du ihn ja dann check ich mal wo die gegner kommen hier liegt ein jugg gleich für dich kapuze wo hat der typ her geschossen der letzte jetzt ja der hier ja aber es hat gerade nachdem der tod war noch wer geschossen wenn du den slurp derp ok ok ich weiß dass welche beim würfel waren südwesten die haben sich aber nicht eingemischt habt ihr bescheuert ihr wohnen ich habe nur 65 100 aber wir können die einen eben noch looten unten im krader liegt noch einer der ist noch ludbar ich glaube ich wechsel die show die ja ja klar ich finde es ist aber schlimmer was hat wirklich sofort einen großen schilder hat keiner von euch gerade oder ich habe kein schild ich habe die muni war sniper war sniper hast du muni mittlerweile ich habe immer noch 65 dadurch nimm mal kein pilz warte nimm die mini schildtrink erst erst dann schildtrink den lasse ich dir da sind zwei ok weiter gucken du musst eigentlich nur über 150 hp kommen damit die sniper dich nicht one hittet ich bin lieber 150 ja 157 macht die legendäre habt ihr granatenwerfer hier liegt einer wenn ihr wollt ja den habe ich gedroppt ach so willst du nicht oder wie ich habe die sniper mitgenommen aber einer soll ihn doch nehmen oder mach ich habe noch ein paar rockaden ich habe granaten naja gut dann nehme ich hin rockaden 27 arten oder graddurch hast du rockaden ne ich habe leider keine ich habe noch ja oh ok danke ok ah gegnersuche naja da geht's ok das war ja schon oh krass wie 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 stressig wo denn naja das war schon ich hatte echt ich glaube ich hatte echt geglaubt dass ich sterben werde nein doch nicht ja ach so das ist wohl wahr das ist wohl wahr hast du keine peinliche kindergeschichte doch wenn ich wenn ich dir mal die mama treffe ja und dann frage was hat denn der kleine bub gemacht ja ich habe früher extrem viel geklaut echt ja auch 18 wirklich sehr sehr viel vor der wochen nein ich habe einmal was gestohlen ich habe echt also ich war kein angenehmes kleines kind glaube ich aber was von freunden oder oder ne ne aus geschäften alles was ich wollte alles was ich wollte alles wenn ich was wollte aber das war auch der einfluss von meinen freunden damals also schlechter einfluss war es vielleicht war ich auch der schlechte einfluss ich kann das nicht genau bestimmt das klingt eher so ja kleiner diebe dieberich das habe ich bis zur pubertät tatsächlich auch immer gemacht so ne habe ich das ich überleg gerade ich glaube ich habe das eine phase lang gehabt ich weiß aber nicht mehr ob das kurz vor der pubertät war oder in der pubertät oder dann auf jeden fall danach nicht mehr ja krass du warst so ein kleiner dieb also ja kein langfinger obwohl ich eigentlich immer gut erzogen war muss ich verstehen also ja ich war ich hatte immer ein schlechtes gewissen ähm ich hatte immer ein schlechtes gewissen war auch sehr oft wo der kapuze geklaut hat ne ne aber ich hatte einmal einmal was gestohlen weißt du wie schlecht es mir dann ging ja mir nicht also die noah hat einmal was gestohlen und das war so richtig die story wem spiele ich denn hier ne die noah hat einmal was gestohlen und sie hatte so ein schlechtes gewissen dass ich es dann wieder zurückgebracht hat ja das haben wir auch viele Kinder mit gewissen ich hab's nie gemacht ihr langfinger alle wenn du so ein schlechtes gewissen wie du es uns wieder zurückbringst unaufmütig also so so auch geheim wahrscheinlich wie du zurückhängst so ach so lieb ihr seid alles langfinger ich hab einmal was gestohlen weißt du nichts gestohlen als Kind ich hab's dann sogar meiner Mama gesagt und sie hat voll mit mir gespielt ich bin als Kind von allen möglichen Sachen immer runtergefallen echt ja von Bäumen ich seh wem aus Gartenhäusern sogar im Tierpark vom Spielplatz ich schies da auf paar Leute die wissen nicht von wo ich komm 105 105 ganz weit hinten du bist runtergefallen ja wir hatten zum Beispiel im Garten hatten wir ein großes Haus selbst gebaut so ne Hütte ja kein Haus ne Hütte und dann bin ich aus dem Fenster gefahren er wollte rausklettern aufs Dach so hat nicht geklappt dann haben wir hier zuhause hatten wir einen ganz ganz großen oh Alter das hört mich aber doll an das Ding ja sein Kopf hat das auch so gedacht das ist ja mal fertig man dadurch wie schaffst du denn hin der Kampf ist da oben hier hilf mir mal boys er muss die ganze Zeit gegen bauen er muss gegen bauen er kann doch nicht aufheben er muss irgendwo unten sein er muss irgendwo unten sein jetzt laufen sie bin bei den oh gott ok eine habe ich ich bin auch da zwei Leute genau auf meine Leiche die wollen mich finischen noch eine noch eine noch eine der hat sich hier gerade hingebaut ja der läuft dann hoch hast du in die Mitte 30 Sekunden er kommt in die Zone und ich bin down er ist über euch ja ja er ist ganz oben er soll er bleiben das wäre eine nice Aktion ja 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 ok 17 Sekunden ich versuch zu looten du kannst mich zubauen eben hat jemand hat jemand hat jemand irgendwie was zum heilen wir sollten erst laufen ja 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 aber trotzdem ich versuche hier gerade noch etwas zu looten Zone kommt du musst du musst die Dingenspads haben Dadosch ich habe die auch Trampoline ich habe das nicht gebeindet ich habe genug Money mit und so ich habe jetzt echt sowas mit ich habe auch Trampolins also oh der ist Tomato hier oh Gott wenn er mich einmal help ich down Tomato? Scheiße wo ist Tomato hier jetzt gibt es nicht hier Richtung Norden Norden ja ich hab's gesehen das ist ein Galaxy Bruder das ist ein Galaxy Bruder ja er hat sich eingebaut er hat sich eingebaut er hat sich eingebaut Bruder wieso schießt der auf uns? er ist so older es ist ok sieben Leute leben so habt ihr noch was zu machen? ich habe Mini Schildtränke ich habe 10 äh 10 äh Bandagen habe ich komm her Mini Schildtränke liegen Dadosch ist wirklich immer an der Front Dadosch ich hab dir auch 5 äh Bandagen mhm ja danke danke wo ist denn der Dude? du musst irgendwo drin sein oder? hab ich nicht mehr gesehen gehen wir rauf geh rauf ja ok sind noch äh 4 Gegner ins Grund ich meine ich habe grad Steps im Haus gehört wie viele Baumarts habt ihr? äh 200 300 und 100 ok also wir haben alle nicht viel ja shit ich könnte schon was geben äh 15 ja 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 wo? 15 da das ist der Galaxy Bruiser hat einen 65er Header bekommen traut du nicht sterben? habe ich nicht vor habe ich nicht vor ich glaube er hat gerade geshakt kann das sein dass er das Portal geshakt hat ich habe irgendwas gehört ne hinten ist er ne oder? ich glaube er ist ja ich sehe einen richtung er hat einen Headshot kassiert 330 oben bei dem Holzhaus da oben ist auch allein langgeflogen du brauchst richtig gehört mit dem Shaker Sniper von hinter uns 240 aus der hat ihn sogar gefinisht da oben ich sehe ihn nicht dadurch pass auf rechts der liegt immer noch einer hat einen 78er der rechts von dir liegt immer noch der schießt jetzt auf ich weiß ich weiß du hast zwei Leute da einer bei dem gelben Truck steht da ja ja der eine muss noch rechts von mir am Truck sein ja über dir kaputze bei dir ja ja habe ich wo ist der Typ jetzt ist aber noch wer ja 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 der Hase ist bei euch ja 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 der Hase ist low ja tot ok sehr gut boys mach dir mal wieder spaß äh vor uns Snowden vor uns Snowden das ist der Galaxy Bruder ja Bruder for Luda wir können ihn doch nicht töten ist er das überhaupt noch? ja ja ich habe nur einen Schuss in meiner ok nevermind das ist kein Galaxy Bruder gib ihm den Header nicht ne der ist schon tot anschein nicht würdig oder wie? nein das wollte ich nicht wollst du verdammt sein komm die schütte ich dir soll es verdammt sein soll es verdammt sein holst du von einem Zeit holst du von einem Zeit holst du von einem Zeit er ist low hab ihn jawooow und jetzt der geile Tanz ja den mach ich auch gerade epischer Tanz ja 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 das ist der Dadoch eine kleine Runde pures Gold locker mal gewonnen ja nicht stehlen nicht stehlen gerne Like lassen bei Gaboos und Dadoch vorbeischauen bis dann noch gut tschau tschüss 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 tschüss